Hallo meine lieben Kanalbesucher, ich bin Andi. Willkommen zu meinem Let's Play Channel. Lasst mich euch mal gerade gechillt erklären, weil das hier alles zu finden gibt. Nun, erstmal habe ich Resi 1 auf Profi gemacht. Mit Let's Play Chris. Dann gibt es auch noch Resi 2 auf Nightmare. Auch mit Let's Play Chris. Irgendwann kommt dann auch mehr von der Serie. Wie zum Beispiel Resi 3. Dann aber ohne Let's Play Chris. Oder Resi God Veronica oder 4. Alles kommt irgendwann. Dann wieder mit Let's Play Chris. Wenn ihr mich mal ohne Let's Play Chris sehen wollt, der hätte ich dann zum Beispiel Silent Hill 2. Auf Doppelhard. Mit dazugehöriger Storyinterpretation. Für die, die es interessiert. Wer mich lieber verzweifelt sehen möchte, der guckt sich Megaman an. Blind. Ja, es war hart. Ja. Wenn ich genug von Let's Play Chris und mir bekommen kann. Ja, haben auch Obis God 2 gemacht. Crime Fighter gibt's auch. Eins meiner ersten Let's Plays. Ist sogar auf der Crime Fighter Homepage verlinkt. Hm, Hälfte ist ja so. Ja, dann, ja. Weiteres, älteres LP ist Desert Nightmare. Ziemlich witziges RPG Maker Game. Ja, von Kel. Schaut mal rein. Einfach auf das nette Bildchen klicken. Dann öffnet sich die Playlist. Earthbound mache ich auch aktuell. Das wird vermutlich 200.000 Parts dauern. Aber schaut mal rein. Ist sehr interessantes Epic Game. Joa, wat noch. Ich mache auch Verbind Siren Blind. So ein Mix aus Metal Gear Solid und Project Zero. Ich nehme auch Requests an. Und hau das in die Kategorie an die Playlist. Und zocke auch mal hier und da Flash Games. Und mach zum Beispiel auch Specials wie Halloween oder so. Wenn ich genug von mir bekommen kann, geht einfach mal zu Let's Play Chris. Da zocken wir beide Scott Pilgrim. Und bin bei Kult of Gaias Amnesia Let's Play dabei. Joa, das war's erstmal. Ich freu mich über jeden Kommentar, Like, Abo, etc. Ihr wisst ja Bescheid. Also einfach, dass ich weiß, dass euch mein Kram gefällt. Motiviert mich, mehr von dem Kram zu machen. Also lasst krachen. Einfach auf die Playlist klicken, ne?